Wer ist schon Alexander? Ja, wer ist schon dieser Herkuless? Und Hector und Lysander, diese sind doch nichts Besonderes. Doch von allen Helden dieser Welt sind keine Doppelwirte vollkommen. Mit Hau, 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 Hau ziehen Grenadiere ihrer Majestät. Und die antiken Helden, ja sie kannten kein Pulver und kein Blei. Noch unsere Musketen und die Kugel der Kanon ihrer Reihen. Doch wir tapferen Jungs kennen es, verbann sind längst in unsere Ängste. Mit Hau, 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 Hau ziehen Grenadiere ihrer Majestät. Weil immer uns befohlen, kühl gestürmt wird jede Festung sein. Lasst Halbgranaten holen, werft sie in die feine Schanzerei. Und der Hauptbahn geht dem Sturm, Koranti zum Sturm, kippt bereit zum Schusse. Mit Hau, 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 Hau ziehen Grenadiere ihrer Majestät. Und ist die Schnacht zu Ende, die Belagerung ein Erfolg. Dann löschen wir die Brände, zu uns jubelt das befreite Volk. Und der Bürger ruft, hüpp, hüpp, hurra, hoch, leben die Britzen Grenadiere. Mit Hau, 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 Hau ziehen Grenadiere ihrer Majestät. Wir Grenadiere brüllen, lange Lebe ihrer Majestät. Nun lasst den Rumpen füllen, den Seid feiern, bis die Sonne aufgeht. Für das Empire stehen wir bereit, auf uns kann man sich nicht verlassen. Mit Hau, 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 Hau ziehen Grenadiere ihrer Majestät. Untertitelung des ZDF für funk, 2017